Da ist er. Grauenvoller Pulli. Danke, dass Sie hergekommen sind. Scheißen wir auf Smalltalk. Kaufen wir ein paar Waffen, ha? Wie sieht's aus? Sollen wir die Ware checken? Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Das haben wir ja nicht bestellt. Du bist ganz schön unhöflich. Mit deinem Gezwitscher. Er hat gesagt, er hat was anderes bestellt. Ich wollte M16er. Wirklich? Ich bin keine Pizza-Liefer-Service. Willst du die Waffe oder willst du die Waffe nicht? Warum redet er denn so komisch? Ach, ich schätze, der macht auf Kohl oder sowas. Auf Mafiosi. Ach so, ich bin Mafiosi. Du bist ein toter Mann, Rönnen! Na, warte, du Wichser! Mein verdammter Anzug! Oh, verdammt, kriegt uns alle wieder ein! Hör auf zu schießen, Mann! Oh, jetzt geht's rund. Oh, Gott! Ich habe vergessen, auf wessen Seite ich bin. Du brichst nach Wasser. Fuck. Das ist Badöl. Ich werde dich abknallen! Oh, oh! Ich dachte, du wirst ein nettes Mädchen! Es gibt nicht nur nette Mädchen. Es gibt nicht nur nette Mädchen. Wiraaticool! Ich werde dich abknallen! Ja!